Es ist black and white Hey Leute was geht und willkommen zurück auf meinem Kanal mit der nächsten Folge von ProClubs um genau zu sein mit der sechsten Folge Teil 1 von ProClubs erstmal wieder ein Dankeschön an Luca, Simon und Nico die wieder dabei waren dann geht erstmal eine Entschuldigung raus wir hatten bei der Folge mega viele technische Probleme Headsetup gesponnen, die Blazey Party war mega creepy wir hatten Sounds wie bei Windows XP wenn alles zusammenstürzt, solche Sounds hatten wir da so also falls ihr da irgendwas hört, tut mir leid ist halt in Teil 2 wahrscheinlich auch so aber dafür dann in den nächsten Folgen nicht mehr der Fall wie gesagt es ist Teil 1, es sind 5 Spiele ungefähr der nächste Teil kommt auf jeden Fall die Woche noch raus und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video Ja, muss ich nochmal gucken, wie es denn morgen wenn mein Arm morgen nicht wehtut, dann trinke ich morgen was, glaube ich Äh, äh, quietschende Die quietschende, das sind ja irgendwo auch drei Tage Ja, das sind so Das sind ja auch irgendwie, ach so Dann war das hier mittags und jetzt, wir spielen erst abends Das heißt doch einfach Es war Mittwoch mittags Immer, immer trinken, Luca Einfach wichtig Das sind drei Tage Ich habe, ich erinnere mich, das Impfzentrum erstmal drei Stunden nicht gefunden habe Also meine Wegbeschreibung Häuzenstamm 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 Der weiß, wie scheiße das beschrieben ist, es ist ja so bodenlos Ich war da einmalig, was war das denn? Hilfe Will der hier ein Doppelpassspiel Ich hinterlaufe, ich hinterlaufe Faul Ich bin der Schallzentrale Ja Man nimmt bei jedem Flagge getroffen Ich will dich nach Berlin Oh mein Gott Ja, weiß ich nicht, ob man den nicht machen kann Also ich weiß, ich weiß ja nicht, ob das besser gewesen wäre, wenn du auf mich gespielt hättest Ja, ich hatte da so eine Taktik Wenn du dein Mikro richtig reinstecken, hilf Ich? Er hat halt grrgrrgrr Mann Es ist richtig drin Na, was für eine Parade, Hilfe! Das weiß ich nicht Was machen Sachen? Was machen Sachen? Na? Was machen Sachen? Melin, du darfst nicht all deine Controller verbinden Schieß! Oh Mann Gott Ja, einfach Ich wollte eigentlich, das zweite sollte ein Block werden Hup 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 Und jetzt habe ich nicht mitgerechnet Der Mann muss duschen gehen Ich sags so, wie es Ey sag mal, ich werde dir mehr umgesetzt, als sonst irgendwas Guck Sie an Ja Woh Die blanten Haare sind Jääb Hast du die Haaren gefärbt? schick mal bild das schon fast was hier raus ich musste wieder nachfragen wahrscheinlich aber ja kann ich verwerflich irgendwo hast du dir im hotel vor dem spiel die haare gefärbt wahrscheinlich richtig natürlich coach kater legendärer 5 ja zu recht für die leid für die leistung ist schon rot bekommen wieder 50 da bin ich edigan da bin ich edigan drüber online dass man ja da musst du stehen man muss aber da muss aber ein ruf kommen so der kommt genau die belle ortega prime scheiße die heiße so ja 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 nein 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 gewinnst du ja doch Luca hat nicht besprungen oder so ich weiß nicht bitte helfen sie mir ich bin in Gefahr 1 guck mal links wie passt doch Junge ich hab gedrückt und er passt nicht du hättest vor einer halben Stunde passen müssen guck sie an Drehung ich 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 das war das Tor Traum Tor wunderschön wunderschön rausgespielt Außen ja da bin ich doch BAM Aho ja ja es wird ja ja es wird keiner sagt sie wollen auch Maribel ja ja ich stehe 1 B an einem Topf teile ich ich warte auf die Antwort von Hummel immer noch von Hummel Oh nein, wie konnte ich nicht den Ball treffen? Ohhhh, ohhhhhhh, nein, alles blocken! Alles wird geblockt, oh nein! Nein! Na ja, ja, ja! Field Goal! Field Goal! Field Goal! Nabil Abi! Nein! Nein, Junge! Quirly! Quirly! Die Flanke war auch echt scheiße! Hahahaha, perfekt! Schlimm so was! das war ja noch schlimmer als luka ich habe die meisten schütze ich ich ja vorne bei dir da habe ich die hand da habe ich die hand ich habe zwei tore gemacht und neun kommen ja zwei zu wenig war ja zwei mehr als du ich habe beide seine tore weltklasse vorbereitet ich habe ich war an ein toren beteiligt wer war dein vorbild bei den blonden haaren ja das war eindeutig nicht für foden ich habe einfach gesagt ich probiere ich habe einfach gesagt ich probiere es einfach mal aus ich sage es war barbara schöneberge oder das stimmt ja es war es war es war nicht für die werbung es war italien ich habe hunger dann ist die dusche ist was die raus und flüssig ja doch mal unterstützt mich doch irgendwo auch mal meine freunde jetzt ich habe die absolute nummer eins bei der wm zu sechs hätte ich im tor stehen ich bin mal in ruhe las mich doch mal hatte da so gefärbt hätte oder so weiß ich habe gar nicht die stange egal drei vier punkte jungs wichtig natürlich natürlich sind pro clubs anders als im ultimate team starb ich starb ich starb mir immer gegen die stange mann ja du guck und wir haben die alten säcke aus der bundesliga die keiner haben will das ist auch richtig gegen leipzig kann man auch mal 6 1 verlieren naja sagen wir mal so ich meine man kann gegen leipzig verlieren aber nicht 6 1 und nicht so ich hab konnte ich hätte ich nicht vertreten ich hab mir sie zu älteste dumm der war im stadion du vollidiot er konnte mir helfen da werden du blödes ab ich bin ja ich bin immer noch sicher dass seine freundin schwanger ist von jemand andern ich bin immer noch das kann nicht sein ein du freundin und trau pass quirli jetzt kommt quirli was ist denn mit dir bist du Mario Gommels Mario Gommels was soll ich denn machen Junge im Tor schießt guck ich zeig dir jetzt wie das geht der Mann kommt nicht mal zum abschluss und will mir hier zeigen wie was geht was das sind Junge wie schnell ist dieser Loppus Junge außer bin ich außer bin ich ZUM ich spiel die Bälle zu ich musste grad deinen Job machen du Arsch als wir auch in die Mitte legen können die Stadt kommt jetzt bei Hallo Team Chemie Mensch so ein Schieb Sauer Sauer Gringo ist sauer und die sind da vorne ja ja das ist wünscht wir sind die Laufbahn ja ich bin da ich bin ein Zertrater schick und zack ja das ist es jetzt ist es schön abgewartet mit Joey habe ich da nämlich einen der die Dinger auch mal reinmacht du gibst mir die Bälle ja nicht oben links und rechts zang mei die Güte ja ich steh nicht im Abseits ich steh doch im Abseits voll überzeugt ich steh nicht geil kretschen weg mit dir viel krasse ja wie früher auf der 6 wie früher auf der 6 Alpha weg der Club das war super immer auf der 6 da kam nix durch man das fast wie Simon ich krähte es ein um und dann gab es 11 das ist auch so eine legendäre Folge ich gehe da jetzt rein und krähte ich bin in der U23 ne spinn doch rüber spinn doch mal links in der beim Kopfballtors ein Kopfballtors Da muss ich wieder die Vorlesung nehmen. Wer kommt doch? Alles getimt. Alles genau so geplant. Merkst du, es liegt nämlich die schönen Tore auf. Es liegt nämlich die schönen Tore auf, nicht so ein läppisches Kack-Kopfballtor. Ich weiß nicht, was da ist. Wir sind einfach nur alle blöd in die Mitte rein. Jetzt gehen wir nämlich erst los. Ist das schön. Oh nein. Wer weiß. War doch gut. Hä? Warum denn nicht? Ich hab' schon aufgehört zu spielen. Ich weiß nicht, ob es jemand noch aufpasst. Mannschaftsdienlich. Kann man, kann man, kann man, kann man noch mal rüber spielen. Voller Gewicht. Ganz ehrlich, kommt drauf an, wie viel der Zeit will ich machen. Die Kinder, Drogen sind schlecht. Wir unterstützen das in keinster Weise. Ist das schön gespielt? Riesen fake, klasse gespielt. Ja. Jetzt spielen wir nämlich nicht ernst. Gelb! Jetzt haben wir mal kurz den Turbo angeschaltet. Was ist denn das für ein Geräusch? Was ist denn das für ein Geräusch? War das bei euch auch gerade? Bei mir haben da gerade irgendwelche Leute rumgeschrien. Was hat die angehört? Hat sie angehört wie so ein Kind? Ich wurde umgerannt von der, was soll ich sagen? Oh, ist das ein Weltpass? Hey, Simon. Hattrick! Hattrick! Oh Gott! Das war nicht. Ich wollte gerade ein Spiel doch einfach noch mal rüber. Hab ich alles zu pieren. Oh Gott, und dann noch rotes Time, find ich. Ja, ich war ja nicht. Egal. Hab ich? Mach's alleine! Mach's alleine! Hattrick! Hattrick! Hattrick Star! Er ist der Beste! Hattrick Star! Ah! Ist das ein Viech? Nein, hier ist Patrick! Ist da die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick! Ist da die große Krabbe? Oh nein, hier ist Patrick! Ich bin noch keine große Krabbe! Ähm, weißt du, so heißt der Laden hier. Dich nicht. Meiner ist so fett. Oh! Ohle! Ohle! Ja! Schuss! Schuss! Flanke kommt bei Tor! Abschluss! Was macht ihr denn? Du bist immer... Hä? 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 Hase ist noch so runter! Mann! Er schießt ihn durch, mit durch! Ja, ich weiß... Ja, ich dachte, du wärst im Upster jetzt. Hä? Äh! Er schießt ihn! Äh... Ich wollt einfach nur vor Hawaii laufen und mein Tor machen, aber... ...wird mir hier nicht gegönnt. Rubius. Mann! Falschgeld. danke für den ball nehme ich gern mit optimus optimi drei tore eine vorlage 16 kilometer wieder abgespult 16 9 3 siege ich bin bald level 11 oh mein gott wir fehlen auf 4000 punkte oh mein gott die besten fc-träde wo ist mein belgien trikot wo ist mein belgien trikot ich hole das jetzt denn man macht den kiempapier im rückspiel ich bin ja absolut normalen hast schon ein tor gemacht ich habe alle vorbereitet alle an der bei jedem war ich beteiligt bei jedem war ich auf dem feld man was ist denn das jetzt irritiert mich ich kann so nicht mit eritreer er hat die teuter sei dass du so außer die torfrau ne hat die die torfrau die anwerkliche so bei mir ja er wird bei mir die hand zurückgezogen als scharf hier ist ja weltbilder weltbildern einfach zwei und wir waren es ja der abonnenten hoch zum Schimpansen aber auch Ja, ja, aber der war Traum, 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 Tor wär's gewesen. 0,2 erwartete Tore. Ja, und dann kommt das. Flick! Nein! Ja! 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 Baaah! Oh! Oh! Nur einmal drauf! Weiß ich jetzt nicht, ob man den nicht halten konnte. Ne, es war eine Frau. Egal! Ne, ne. Es war eine Frau, kann man nicht halten. 1,7. Das ist... Och, das kann doch nicht sein! Bin ich DJ oder was? Doch! Oh! Ich falle wieder ein. Es ist... Es kann nicht... Es kann nicht sein! Quirly! Ne, ne, ich mach das so. Was ist? Hahaha! Der Kopf voll oder meint sie die Flanke? Der Kopf voll. Der Kopf voll. Der Kopf voll. Sehr interessant. Ja! Simon! Hahaha! Mit Bande! Mit Bande spielen! Ja! Ich bin so frei! Ich bin so frei! Ich bin so frei! Das ist es! Ja! Hahaha! Oh mein Gott! Ich entschulde mich bei all meinen Landsgenossen für dieses Tor. Es hat auch lang genug gedauert, dieses Tor. Ich entschulde mich bei allen Belgiern hier mit offiziell für dieses Tor. Egal, die werden so kein Weltmeister. Für alle Bärger, die dieses Video gerade gucken, wovon ich auch ausgehe, dass das viele sein werden. Ja! Entschuldige mich! Die Sendung muss leider unterbrochen werden! Die bedanken uns! Ja geil! Es fehlt an der letzten! Cool! Ah, perfekt! In die Mitte! Wo geht dahin? Das ist jetzt hier die Frage. Das stellt sich jetzt jeder. E-der tritt an! Und der macht nichts! Hätte man auch wissen können! Echt? Aber heute! Ergebnis Kosmetik! Mehr ist es nicht! Hätte den Kontroll noch mal weiter nach links legen können! Oh Gott! Essen! Jawoll! Ja, ich sag dir ehrlich, viel billiger sind die nicht mehr in die Normalkosten! Ja, das stimmt auch! 50 Euro! Ja, das stimmt auch! Das ist ein guter Teil, Alter! Komm, ne, die kosten 50 oder 60 sind wir? Oh ja, auf jeden Fall! Also meine PS5-Controller haben noch überlebt bisher, FIFA! Wow! Ich bin viel zu aggressiv! Du musst Luca wie wir es damals gemacht haben, emotionslos in die FIFA spielen! Lass sie einfach an! Ach schon, ich kann nicht mal mehr! Ich kann nicht mehr schleppen! Ich kann auch nicht mehr schleppen! Ach so! Einfach Kreis durchbauen! Ja! Ich werde nur noch Gradlinien machen, die ganze Kacke da brauche ich nicht! Guck! Hier, guck dir den Bayern! Ja! Guck! 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 Wird gelötet! Boah! Yo! Wie klein ist der Keeper! Ja! Der Keeper mal kürzer! Ja! Oh! Bei Windows, XP, alles zusammenstürzen! Ist so! Wenn du alle Tasten so oft gedrückt hast, dass einfach alles sich öffnet! Oh! Öffne das verdammte Spiel! Lass mich durch! Ich muss ein Tor machen! Keiner abseits! Keiner forschte! Kopfball flag! Puh! Puh! Was macht der denn da? Was macht der denn da? Ja boll! Was war da denn? Den kann man nochmal annehmen! Den kann man nochmal annehmen! Und sich nicht kriegen! Hä? Ich hab grad dreifach gehört! Ja! Ohne Knacken und Rauschen! Irgendwie knappen und Rauschen! Oh! Wichtig! Ah! Nein! Nein! Ja! 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 Wichtiger Ball! Ja! 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 code Jagann! ich habe kurz gedacht wir haben auch ein spielglück aber es war als ob sie die nicht haben das war der erste Schuss von denen hier kommen nicht mehr die KI wo steht der er genau es hat sich doch wurscht gestellt die war die Hey, Ciri! Ich hab mich selbst daran... Wo bin ich denn? Oh, Blick! Abs 1! Was ist das? Männer, gib mir mal Füße, gib mir mal Füße. Ah, ja. Was ist das? Was ist das? Nein, nein, nein! Was ist das?